Musik Gelde hängt zum Gelde, drängt das ganze Leben. Sie haben das Leben eingefangen in Form eines Klotzes aus Kunststoff und in diesem Klotz ist das Leben drin, nämlich die deutsche Mark. Richtig. Ja, normalerweise habe ich gar nicht mehr daran gedacht, weil ich hatte ja nun ein Weilchen nicht mehr diese Kunsthaltsgießerei getrieben. So, nun war das soweit mit dieser Mark und ich habe gar nicht daran gedacht, alles eingetauscht und nun war alles weg. Dann sagt meine Frau, sag mal, bist du verrückt? Du musst doch mal wieder was machen hier. Ja, nun fing das an. Die Bank sagt, nein, was bei uns so eine Kasse ist, ist so eine Kasse. Computermäßig ist nichts mehr zu machen. So, und jetzt fing das los, überall rumzufragen, wo bekommt man noch was her. Ja, nun habe ich durch Zufall von diesen alten Fünf-Mark-Stücken, die jetzt in den 70er-Jahren zu Ende hängen, von einer Kundin noch ein paar bekommen. Da war der Mann Anfang der 70er-Jahre verstorben und jetzt hat die die Klamotten da ausgewühlt und hat dann noch fünf, sechs, Fünfer erfunden. Naja, und dann, wie gesagt, dann haben noch ein paar überall zusammengefummelt und so ging das. Und nun habe ich ein paar Stücken gemacht, hauptsächlich auch wegen der Ausstellung. Ja, nun sucht man weiter um, weil im Prinzip, was mich erfreut, die Nachfrage groß ist. Die Nachfrage zu befriedigen. Ja, richtig. Denn irgendwie ist das ja eine Zeit für die Ewigkeit, also für die Ewigkeit, ne? Ja, und man freut sich natürlich drüber und wir sehen, wie es weitergeht, ne? Hauptsache, man bekommt wieder... Das Geld ist eine der Sachen, die Sie einfangen in Kunststoff, gehe ich mal von aus. Kunststoff wird das wohl sein? Das muss ich immer wieder sagen. Das ist Polyesterharz, ja? Und das ist ganz was anderes als Kunststoff. Denn Kunststoff kann man nicht mehr bearbeiten, das kann man auch nicht schleifen, nichts. Das wird immer rau bleiben. Und dieses, das kann ich bohren, das kann ich sägen, das kann ich, weiß ich nicht, das kann ich wieder schleifen mit 800er, 1000er Schleifpapier, nass. Und dann wird das immer wieder, wenn ich das mit dieser Schleifpaste und so weiter, würde ich das immer wieder auf diesen Stand bringen, was beim Plastik nicht geht. Und dann ist es natürlich ein Preisunterschied, wenn ich sage, hier kostet ein Kilo 50, was immer noch in D-Mark, also 50 Mark, also 25 Euro. Das ist ein Unterschied, nicht? Und das kostet Plastik bestimmt nicht. Es ist, wie gesagt, nicht nur das Geld, was sie praktisch für die Ewigkeit eben verschließen, sondern es sind viele andere Dinge. Sie haben Blüten eingepackt. Rosen? Ja, und Rosen und, ja. Fotos, alles. Aber im Prinzip gibt es nicht, was man nicht einbetten kann, also in diesem Kunstharz. Wenn Sie da sehen, die Zigarre da ist, da vorne ist alles dran. Also, wie gesagt, es gibt nicht, was es eben, bloß wie gesagt, wenn man jetzt an Tiere ran will oder irgendwas, sagen wir mal Schmetterlinge oder was, dann muss es trocken sein und also darf eben nicht irgendwie feuchten oder was, dann nimmt es das nicht an. Und dann, ansonsten kann man alles diese Feucht allein. Und dann werden die mit Silikon abgedichtet, also wenn ich das Material rausnehme, wenn es fertig ist und, wie gesagt, dann wird es wieder neu zugemacht, damit es eben dicht ist, nicht? Das ist die Feuchtigkeit. So, das ist einmal. Und dann, wie gesagt, die Form alleine bauen. Dann kann ich, dann muss nachher, wenn es fertig ist, wird oben mit so einem Plastik abgedichtet. Dann wird es hier schliffen und grob und mit der Maschine, also Bohrmaschine, ich mache das alles noch ganz altdeutsch, wie man so sagt, nicht? So, und dann gibt es natürlich diese, diese, diese Sachen hier, das ist eine fertige Kunststoffform. Und da wird ja die Rose, die wird so reingehangen, dann wird es in, also dieses Dings wird in drei Schichten gegossen. Und dann muss man immer Obacht geben, dass dieses, dass keine Blasen entstehen. Die sollten Blasen, die werden dann mit der Stecknadel oder Stoppnadel rausgeholt, nicht? Muss man so machen, bevor das anfängt, eben fest zu werden oder nicht, rauszuhärten. So, und dann kommt die nächste Schicht. Und die oberste Schicht, die wird ein, also man kann sie auch transparent lassen, aber die wird dann eingefärbt. So, und dann kommt auch wieder eine Folie rüber und zum Schluss wird diese, kommt das raus aus dieser Form und dann sieht man erst, ob das was geworden ist oder ob Blasen, manchmal macht sich eine Blase gar nicht schlecht, wenn die jetzt hier auf so ein, na, auf so ein Blatt oder Blütendings da hängt. Ja, und sollten denn viele Blasen eben, na dann hat man Pech gehabt, dann kann man das Ding wegschmeißen. Ja. Ja.